Tiere wie Schlangen, die plötzlich aus der Toilette kommen, absolute Horrorvorstellung, aber ist das wirklich möglich? Ja, in der Tat. Tatsächlich ist es so, dass wir hier in Deutschland eher keine Schlangen haben, während die aus der Toilette kommen. Mit Ratten sieht das Ganze aber nochmal anders aus. Das kann zum Beispiel passieren, wenn man regelmäßig Essen die Toilette runterspült. Ratten könnten dein Abflussrohr dann als neue Nahrungsquelle sehen, auf Erkundungstour gehen und bei deinem Klo rauskommen. Also besser kein Essen runterspülen. Theoretisch bist du übrigens nicht mal in einem Hochhaus sicher, denn Ratten können sehr gut klettern. Solche Vorfälle passieren übrigens ziemlich selten, weswegen man nicht wirklich Angst davor haben sollte. Wenn es jedoch trotzdem passieren sollte, müsst ihr es dem Vermieter melden.